allöchen herzlich willkommen zurück bei atlas im smithi ich muss unbedingt mal die tastenbelegung ändern ich habe immer schon wieder diese fleck beim starten der aufmachen ich dachte doch was das hier das sehe ich nämlich immer wenn die aufnahme beendet wird ja ich immer das machte bisher ein spitzmäßiger tänzer ehrlich so wir stehen hier nicht moment bitte ich denke es gibt ein fisch hier für uns ja ist doch schon fertig denn ich habe vitamin d mangel ja und das soll mit fisch alles gut nee aber ich werde wohl überleben und jetzt ist es fertig vier stück sogar ja würde ich mir mal zwei nehmen würde ich dann auch zwei und dann würde ich sagen essen wir das ganze mal gucken mal ob das stimmt hervorragend danke nochmal für den typen dann gab es in einer von den folgen wo wir gefragt hatten extra und da ich jetzt ja wieder mit dem mangel ohne ende hatte ja schon fast am sterben war und die erde die ganze zeit dann bin ich mir schnell raus geschwommen habe schon etwas geschlachtet das war glaube ich ein leckerer thunfisch übrigens aber du magst sehr gerne und jetzt haben wir es wenigstens kurzzeitig lösen können wir auch tatsächlich mal hatten wir das noch über die schatzkarte gefunden haben das war ja auf dem rückweg in die stadt ich weiß gar nicht ob es in der letzten folge noch mit drin war haben wir jetzt den fetzen karte gefunden ist durchaus ein kreuz drauf gemalt hast du doch und die karte ist halt noch ein bisschen kleiner da ist noch nicht viel darauf zu erkennen wo das jetzt sein soll haben auch keine ahnung aber wir haben sie erst mal ich sechs oder so was stand bis wir da ankommen du stecken erstmal wieder in der tasche brauchen wir noch was zu beißen wir wollten ja mal ein stück rausfahren wir sollten uns mal gucken dass wir den wassersack wie es so stimmt wasser wasser unterwegs haben nicht wie letztes mal dass du da hast du noch was kannst du was bauen kannst du das gegenüber ich habe auch gar keine klamotten mir bei ich habe wir haben also am schiff gelassen glaube ich kann das sein ja ein wir haben einiges am schiff gelassen ja kann sein hast du dann fähigkeitspunkt über um das zu lernen was denn genau den wassersack ach so nee natürlich nicht ich habe welche überweigend für die angel aufheben machen na gut dann muss ich mich opfern haben so lange wenn natürlich auch mal ganz fein wort das gibt es habe ich was brauchen wir denn für den für die für den guten halber bräuchte ein bisschen leder passt ja ganz gut oder was zu essen brauchen unterwegs dann kann ich schon mal ein jetzt herstellen dann muss ich erst mal wieder ein bisschen zeug zusammen so wenn du holz haben jetzt keins mehr ich habe jetzt noch dass wir zumindest mal schon mal eine spitze genommen könnte 21 habe ich noch ja ach so warum ist das nicht mehr da ich hab gar nichts mehr ich weiß noch nicht genau wie es ist also kannst du erstmal behalten würde ich sagen was bist du ja gar nicht ich hab dich ja gerade ein bisschen aus den augen verloren ich denke wo ist er richtig auch in einer treppe war dahin zu schreien ja das ist aber klein und das ist nicht gemeint kleinere equipment probleme könnte man das formulieren ja ja sehr wahrscheinlich gut dann habe ich doch mal so ein bisschen auf dem baum rum ja macht das mal mir geht es gleich weiter aber auf jeden fall muss man mal sagen die performance ist schon deutlich besser hier gewonnen das stimmte mal beim spiel zu bleiben ein bisschen abzulenken bitte warte ich guck dir zu wenigstens beim auf dem baum anschlagen so da könnt ihr mal beobachten bin schon wieder halbtot und habe nur nicht ein holz gekriegt hier meinst du du könntest ein bisschen holz rausschmeißen was soll er denn jetzt ich weiß es auch nicht so ich hoffe jetzt geht es erstmal ich meine bitteschön danke sehr so ein schwer habe ich gemein so er hat da ehrlich zwei späre zwei dinge im kopf stecken ist nicht lustig und meine achse ist fast kaputt kann ich die reparieren die hätte ich wiederum ich habe jetzt auch nicht ganz so schnell nehmen wir kommen da kommen aber ein haufen ressourcen ach so war daran was schon dann nicht aber so eine zweieinhalb einfach themen kann auch ressourcen beistanden auch so ja auch extrem viel holz sagen ja das ist ja vergleichst du schon eine menge wir haben sie gewundert so brauchen ein paar späre holen uns doch mal schnell was zu essen und leder gleich mal für den wassersack vielleicht für jeden zwei das war genau wasser haben weiß ja die putze ist aber wir wollen mal irgendwie versuchen ein stück rauszufahren mit dem fluss wenn wir dann überhaupt wieder was loskommen und so weit war es ja nicht weg vielleicht ein paar späre das aufheben dass wir dann nochmal fischen gehen unterwegs damit immer diese ohne in game chat ehrlich mal was kann ich will ich nicht habe gerade überlegt wo hier in der grösser war bei der grösischen statu oder alles habe ich das ist demnächst und ich habe gar nicht in ordnung warum was macht er jetzt ärgert er mich nachdem ich dann wie auch fische zwei fische reichen also nicht da muss man sich schon menschen viel da können sie noch mal ein bisschen was dran drehen und nicht dass man hier drauf geht wenn man kann vitamin d hat mitten auf der karte bist und wo das man ewig brauchst schon schwierig ne ich werde diesen sprachstatt der aktiven naja ich bin jetzt hier hinten am wasser wackelt hier schon wieder wie verrückt nicht ist ja zumindest schon mal so ein alter vogel hier den können ja noch mal so viel späre kann ich mir jetzt kräften so ein hühnchen ach so ist ein hühnchen ist egal bringt auch leder was zu essen 17 leder aus dem alten huhn also es bringt auch ein bisschen was die erhöhten ressourcen oder fragt genau das was sie auch vorhaben wie der gerade gefahrt aber mit dem typen quatschen muss und man wohin zu fahren oder auch einfach irgendwo so hinfahren kann dann was zu beanspruchen oder was wir quasi auch planen zu tun ich habe hier ein schwein was gold ist nämlich ich brauche ja ja ich sehe die masse hast du welches siehst aus in der gold ist gut und machte sie noch ausziehen aber es ist zweit erst alleine hier waren schwein irgendwo hier links hast du schon schwer ich habe da vier fünf späne ja vorher muss man schweinkil hier wahrscheinlich sind viele einfach mal verschwunden ja ich will noch gerade ein bisschen reis und so sammeln dass ich ein bisschen schon was habe das level 1 das soll also das machst du alleine schlafen machst du das weg so ein bisschen was habe ich jetzt hier für reis und acai dann kriegen wir ein bisschen vitamine unterwegs was war noch mal der orange walten ich habe das vergessen was auch nicht meine karte haben wir jetzt ja auch schön auf dem schweine kacke ich sehe doch was von anbieten steckst du in die tasche ist schön warm jetzt mal kalt draußen ist ich lass das mal liegen abgepickt da hinten ist das nächste schwein richtung strand in der gleichen noch du bist ja ich möchte nicht drängen oder so drängen die entschuldigung wollte ich nicht ich will ja alles aber ich werde bald sterben aber ach so fischen ja wir müssen bald schon wieder los sonst geht schon wieder runter ja da hinten ist doch gleich wasser dann schwimmen wir noch mal eine runde erst mal für einen für schluss bereichen dann lass mal das schwein level 8 das ist doch ja das schweinchen kann ja schon mal los müssen wir gucken wenn hier irgendwo lange vorher steht können wir es ja nützen ansonsten ja ich steht 1 aber mal gucken ob ich hier ein fischchen finde also in flüssen haben dies ja nicht so oder muss ich wahrscheinlich raus was mehr ja muss das stück muss auch ein gutes stück raus schon hier ist noch mal so ein flaschen flaschen post gleich mitgenommen und zu dir mal kurz angucken das war natürlich nicht mehr aber ich bin auch level ab vielleicht kann jetzt ein säckchen machen das ist ein säckchen wasser säckchen oder das habe ich schon erledigt und hier ist ein ding ja genau kollektisch meine bio kollektor ich mache da haben wir die map hätte man ja schon da kann das ist auch wieder okay ach so auch wieder nicht das ist gleich jetzt das weiß ich muss wie weit muss man hier rausschwimmen um einen kleinen fisch zu kriegen das ist eine gute frage wenn ich den ernst doch doch tatsächlich ne hier schwimmen noch ein paar rum oh gott wissen wir jetzt an der stelle wo wir die flasche eingesammelt haben ich komme mit dem fisch aus zumindest erst mal ein hier war irgendwo einzeln jetzt kannst du erst mir hier ein bisschen können ja gut ich prügeln mal ein bisschen fisch raus wie lässt man noch mal los das ging irgendwie gerade nicht nur ich habe den hier schön aus dem arm stecker gut aus mit dem kleinen nicht wahr es geht nicht ich drücke euch spiele wie vielen dank jetzt natürlich auch in dem aus der schule er schwimmt noch so klopfen ein bisschen fisch raus mache ich so eine alte kuh jahre essen oder zehnmal fisch wild mehl bull den würde ich noch nicht angreifen ich glaube der level 11 äh hier irgendwo waren glaube ich da ist es ja geradeaus du läufst direkt auf zu wunderschöne bist wo ist es denn ich sehe es noch nicht aber es gibt es nicht an die abzusammeln für lecker stöckchen gar nix ok also wir wollen holz ne lass mich raten ist doch schon drinnen hätte auch noch ein bisschen was so wenn man eine achse reparieren um zehn fisch ganz zehn leckere fisch pass mal schön auf dass nicht wieder einer seine wix griffe hier in unser feier hält ich könnte noch mal verscholen ich habe was für dich gleich wenn du wiederkommst als belohnung erst wenn du wiederkommst als belohnung erst und ein fisch mitbringst natürlich das war so weit draußen da muss ich mir richtig hoffentlich lohnt sich es auch für mich ist hier wird los mehr mal sorgen machen dass du im dunkeln raus musst ja ja dass das feuer ansonsten finde ich nie wieder zurück dass ich keine sorge wo hier ist noch rochen wenn ich mit dem anlegen willst weiß ich nicht ob der sich mit mir anlegt jetzt auch ein fisch den würd ich ja an diese schildkröte ich denke wir sollten immer das ganze fleisch mal durchbraten in der zeit weil roh hält ja nicht so lange gefällt mir nicht wo heißt ich müsste mal ein bisschen luft holen jetzt habe ich verschreckt den fisch nicht mitgenommen wenn man sperr weg da war das ist ja noch ein bisschen hell warum nicht und hast du noch jetzt ist es dunkel na gut sei dank du musst den fisch fallen lassen ja mit der linken maustaste fisch oil, fisch meat, skin man kann die fischhaut tatsächlich als leder verwenden oder wie ist jeder die allgemeine einstellen machen natürlich so fisch lecker ich stopfe mir gerade schon den bauch mit fisch voll ja ich habe auch rum wenn wir das fleisch nehmen ja ich habe mir gerade mal ein bisschen was genommen ja da können wir uns erst mal hier ein bisschen over over rate ich bin voll über überfutter hatte super ach so ach da muss man auch noch darauf achten muss auch noch was ja gut dass ich gerade kohle ohne erinnerung aber mir geht es nicht nur die vitamin d gemangel ausgleichen das habe ich aber vergessen dass du noch mal die orangenen arbeiten was schon mal so ein schönes fischöl probiert kann ich ja nicht nee kann man nicht konsumen jetzt jetzt mal probiert also doch größer eine belohnung habe ich gesagt ja ich habe ruhig was kriege ich denn was kriege ich denn und das kind zwei gleich natürlich hervorragend ich würde sagen wir sind die könige jetzt mit unseren zwei wasserbeutel haben sie selbstverständlich davon ja nicht sagen wir grillen unser ganzes fleisch erstmal durch in der zeit warten bis wieder hell wird und am nächsten morgen begeben uns auf große fahrt das hört sich nach dem plan an soja ich bin auch noch mal kurz mit einem fisch würde ich gerne mal essen kein problem ich nehme mal zwei bin nämlich tatsächlich gerade sehr hungrig gar nicht so schlecht ist das war noch mal vitamin a waren hier beeren oder reis oder beeren war werden war jetzt eher so c als ich die akai beeren eben gegessen hat kann ja auch unterschiedlich sein aber nur die vier bunten walten auf der rechtsseite vitamin a bis vitamin d da muss man sich jetzt anscheinend irgendwie ein bisschen durchfressen gesund richtig und nicht über essen ja und vor allem auch nicht über essen wenn manche sind leute sind halt auch ein bisschen gierig nicht so richtig gut dann machen wir erstmal päuschen da richtig würde ich auch sagen und mal bis wieder hell ist und dann füllen wir unsere säckchen und gehen auf große fahrt so ist es dann vielen dank fürs zuschauen lassen daumen damit es euch gefallen hat so sieht es aus bis zum nächsten mal macht's gut bis denn tschau tschau